Musik Schönen guten Tag Michelle, Michelle die Erste, Weinkönigin von Wiesbaden. Ich freue mich auf eine Runde Riesenrad mit dir. Ja, ich mich auch. Weihnachten ist ein traditionelles Fest. Weihnachten in der Vergangenheit, Weihnachten heute. Was hast du damit für Assoziation? Also ich denke da auch ein bisschen an meine Vergangenheit natürlich auch und an die Vergangenheit unserer Familie. Weil bei uns war es eigentlich immer so, dass wir Weihnachten sehr groß gefeiert haben, weil es einfach ein sehr gläubiges Fest auch ist und wir auch alle sehr gläubig sind in unserer Familie. Mittlerweile ist es leider so, dass sehr viele Generationen unserer Familie auch gestorben sind. Und es mittlerweile, finde ich, auch ein bisschen den Glanz auch leider verloren hat, gerade auch durch die Arbeitswelt oder durch die Schule eben, weil man so viel Stress um Weihnachten drum hat, was halt eigentlich nicht so der Fall sein sollte. Wie feierst du Weihnachten heute? Wir feiern es immer mit der Familie zusammen, zu Hause, essen Raclette. Und danach gibt es meistens noch Schoko-Fondue und dann werden gemütlich die Geschenke ausgepackt. Also damit verbinde ich Weihnachten eigentlich auch immer mit dem Plätzchen backen. Ich habe immer mit meiner Oma Plätzchen zusammengebacken und ich liebe den rohen Teig von dem Plätzchen. Und da hat meine Oma mir immer ein Brötchen geformt. Aber es sah so aus, als ob es gebacken wäre, damit meine Mutter es nicht mitbekommt. Und danach, nach dem Abitur, will ich erst nochmal einen Monat lang durch die Gegend reisen, ein bisschen Urlaub machen, ein bisschen Entspannung. Und danach fängt es ja noch an mit dem Studium. Ich finde den Wiesbaden, das ist eine sehr heimische Situation, gerade um Weihnachten rum. Also wir hatten ja auch gestern am Dienstag die Eröffnung von dem Sternstumpenmarkt. Und mit den Engeln, die dann auch über das Rathaus fliegen, ist es natürlich auch immer sehr schön. Das ist eine sehr tolle Tradition natürlich. Und ich finde Wiesbaden macht dieses, es ist zwar was Heimisches, aber trotzdem auch ein sehr großer Sternstumpenmarkt und mit sehr viel Glitzer und Funkeln. Und das ist natürlich für ein kleines Mädchenherz ganz schön. Du bist Weinkönigin. Wo kann man in Wiesbaden am besten Wein trinken? Gibt es denn jetzt in der Straußenwirtschaft? Das kommt eigentlich sehr auf den Geschmack drauf an. Also ich würde jetzt nicht sagen, es gibt einen Winzer, der macht sehr guten Wein, sondern alle Winzer geben ja ihr Bestes, um den besten Wein zu machen und auch das beste Essen in der Straußwirtschaft. Und es kommt da wirklich sehr auf den Geschmack drauf an, ob man es jetzt eher ein bisschen fruchtiger mag, ein bisschen herber oder ob man zum Beispiel eher traditionellere Speisen mag oder ein bisschen ausgefallenere. Wo trifft man dich? Mich trifft man eigentlich überall, muss ich sagen. Meiner Familie. Das letzte Weihnachtsgeschenk kaufe ich in der Regel? Am Tag vorher. Essen, Heiligabend gibt es? Raclette und Schokofondi. Edeltanne, Blaufichte, was steht bei euch zu Hause? Edeltanne. Weihnachtsbaum, wer schmückt wann? Mit der ganzen Familie, meistens so zwei Wochen vorher. Weihnachtsmann oder Christkind? Weihnachtsmann. Bescherung ist um? 1,20 Uhr. Für die Kinder singen oder Gedicht? Gedicht. Geschenke auspacken vor oder nach dem Singen? Nach dem Singen. Hausmusik oder CD? Hausmusik. Textsicher, welches Lied muss sein? Last Christmas und sehr textsicher. Wow, das würde ich gerne hören. Nee, lieber nicht. Kinderwünsche, welche Wünsche hast du? Erwachsene Wünsche, welche Wünsche sind deine? Eine gesunde Familie zu haben, ein schönes Haus und einen schönen Wohnort vor allem, ja. Musik 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 Musik